Das Regime von Katar obte weiterhin seine biswählige Pläne aus, die sich gegen die Länder und deren Nationalitätssicherheit richten. Und der afrikanischen Kontinente hat den größten Teil dieser Pläne, indem er seine falschen Bündnis eingeht, indem er der Länder des Kontinentes hilft, um ihre terroristischen Verwürgen zu bestehen, um den Reichtum ihrer Vulkan zu ergreifen und zu stellen. Und die Afrika-Intelligenzseite veröffentlicht einen Bericht, in dem die Versuche des katarischen Regimes aufgezeigt wurden, um auf dem afrikanischen Kontinent einzugreifen. Durch die breite Stillung von militärischer Ausrüstung vor den Ländern, die an der afrikanischen Koste liegen. Und die Firmesteck Muthos im Besitz von Abdul Hadi Mania al-Hajiri, dem Schwieger von Sheikh Tamim al-Sani und seine Beretta, hat einige Truppen Transporter im Gebanzate-Fahrzeug verwandelt. Durch die Installationen von 420 Truppen Transporter, die Katar am 8. Mai an Burkina Faso übergeben hat. Und dies war nicht das erste Mal, aber 420 ähnliche Fahrzeuge wurden im Dezember 2018 an den Stadt Mali und im Januar 2019 an Somalia übergeben. Und die Firma bemühte sich nun, um den Schad im ähnlichen Stipendium zu kommen zu lassen, um seine diplomatische und militärische Aktivitäten in Afrika zu verstärken. Und Al-Hajiri ist ein 39-jähriger geschafftes Mann, der Eigentümer von Starke Motors Firma, einem der wichtigsten Verbündeten von Al-Handim in Afrika. Und seine Nehme erscheinen in der Beresse im Jahr 2015, wenn er das Terroristenhaus in Istanbul in Türkei in Wert von 100 Millionen amerikanischen Dollar kaufte. Und es wurde einige diplomatische Kontakte zugewiesen, um die Pläne des Regions von Katar auf dem afrikanischen Kontinent zu erleichtern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017